Herzlich Willkommen zu Gipfelgrad und wenn ihr euch wundert, dass wir falsch stehen, liegt im Grunde richtig. Das ist richtig, weil wir gehen zu Barthas Tauschbörsen. Tauschen, unsere Börse. Ja. Ja. Einen schönen guten Tag, wie geht's Kongs? Mein Name ist Bartha, ich tausche für mein Leben gerne. Unser Freund Funky benimmt sich in letzter Zeit noch merkwürdiger als früher. Er scheint Ihnen an einer Art super geheimen Projekt zu arbeiten. Sicher ist das nur ein Luftschloss. Ich habe mein Haus auf Hochglanz gebracht. Was ist denn mit mir? Wie sehe ich, ob ich schön bin? Ein Spiegel, darf ich ihn mir vielleicht ausleihen? Selbstverständlich. Klaro. Vielen Dank Kong, so nein, ich sehe schrecklich aus. Der Schraubenschlüssel sei dein, sei dein, nette Geist zu meiner Seite. Ja, jetzt haben wir einen schönen Spiegel weggegeben, dafür einen hässlichen Schraubenschlüssel. Auch schön. Irgendwann brauchen wir ihn. Wenn du da mit jemandem auf dem Kopf haust, erfüllen beide das Gleiche. Genau. Weiter geht ein Gipfelgrad. Bis dann. Im Summen im Sperrfeuer hier und jetzt geht es weiter mit dem ersten Bonuslevel. Und wie er fällt euch, fällt wieder berachtiger. Genau. Ja, wir besiegen mal gerade schnell alle Gegner. Und damit meinte ich wir, die Gegner und nicht die Gegner uns. So, beim. So. Fast erwischen. Hallo? So schlecht als ich. Ja, Moment. Jetzt hast du recht. Jetzt hast du recht. Ja, gut. Ähm, fast mitnehmen. Auf den werfen. Dann dahin. So, schlecht als du. Hallo? Ja. Das könnten unter 18-Jährige hören. Okay. Ach, sowas nicht. Vor allem schlecht. Ja, fang. Ja, genau. Halb fest. Hier. Der nämlich fest? Ja. So. Nein, dann noch. Ja, auch mal festhalten hier. Wir sehen, sie hat vorher losgelassen, damit man das fangen kann. Ja, damit es schön aussieht. Ja. Und da oben und. Ja. Und eine Bonusbitte. Bis gleich. So Leute. Ja, wir sind wieder normale Affen und keine, also ne, Dinger mehr. Vogel, Parrot. Und ihr seht, der Helikoptermann hier. Trägt uns hoch mit seinem Helikopter. Ja. Quasi. Wenn wir lächerliche 40 Sterne sammeln. Das kann ja wohl jeder. Schaut mal. Ey, ich sag jetzt, schaut mal, schaut mal, schaut mal. Gleich schauen sie echt hin, dann sind wir tot. Ich seh das. So. Könntest du auch ein bisschen rumflattern, so wie der. Ja, so ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich glaub, das geht aber hier gerade nicht. Siehst du? Ja, dann vielleicht. Ja. Komm her, komm her, komm mit, komm mit. So, vier Stück noch. Wo? Zwei? Oh, du scheiße. Okay, Leute. Ja, und nochmal einen Eupen. Ja. Und nochmal neu. Oh, das fängt ja schon wieder mit dem Helikoptermann hier. So, das sah doch schon gut aus. Ne? Hm. So. Und andere Seite. 20 Sekunden Zeit für 13 Stück. Hm, ich hab einfach mal gezwungen, gesaved. Stable-Grip. Und mein Steilkolls, wenn der Daumen tut. Nein! 11 Sekunden für drei. Ich versau das. 6 Sekunden für eins. Schnell, schnell, schnell. Aha. Hatte klappt. Warum krieg ich die Action immer wieder ab? Und im blunden Look geht's weiter. Und hier geht's nach da und nach da. Und das geht total hilflos aus, wenn wir hier auch versuchen, das Bonus-Level zu erreichen. Also, es geht auch einfach über die Bananen da rum, dann könnt ihr einfach hinschweben, mit Dixi. Aber hinspringen sie einfach hilflos aus. Hilflos aus, ja. Und das passt dann mehr zu uns. Ja, allerdings. Jetzt gucken wir mich nicht so an, ich kann da auch nichts für. Ja, doch, quasi schon. Du warst ein bisschen zu schnell. Ich mach das jetzt wieder so. Ach komm. Nur weil das Level so langsam scrollt. Ja, stimmt. Okay. Und bis zum nächsten. Nummer 60. Und zum nächsten Bonus-Level geht's hier. Ihr habt's gesehen. Haben wir das nicht schon? Was sehen wir jetzt? Ne, ich glaub wir haben's nicht. So, noch zeigen wir's nochmal. Ja, weil, äh. Nein. Genau an der gleiche Stelle sind wir beim ersten Mal auch verkackt. Ganz sicher. Mir wird's ab. Ja. Boah, abwechslungsreich. Lasst mich raten, links. Lasst mich raten, rechts. Ja, sag ich ja. Dann haben wir das nicht schon. Okay. Alles klar. Wir haben alles. Ciao. Weiter geht's. Fluchrecht Fische. Ich war gerade am Luft holen und hab außerdem trotzdem auf Aufnahme gedrückt. Ja. Und jetzt sammeln wir 40 Sterne und das ist total cool. Weil wir schwimmen hier durch mit unserem Fischfreund. Ja. Im Halbdunkel. Wow, schwer. Geil. Krass ist das schwer. Boah, ganz knapp geschafft. War alle versteckt. Ne, ja, sauber wird versteckt. Okay. Bis gleich. Ach, ja. Hier seht ihr's. Hier ist das End. Höhlenhumbug. Höhlenhumbug. Ja. Musst mir mal gerade gegen den Kopf hauen. Mit der Flattenhand. Ja. Weil es einfach Leute gibt, die nicht verstehen, wenn sie unerwünscht sind. Gibt's einfach. Ja, die Leute gibt's. Und ja, wir haben die Münze. Und gleich. So Leute, guter Endeschild. Hier seht ihr das. Ne, immer noch. Hier in Höhlenhumburg. Höhlenhumburg. Ja. Hier ist normalerweise eine Spindel. Die haben wir weggemacht. Ja, ne, ich doch. Ich bin das ein Wir. Achso. Ah. Was? Ja, man wirft dich übrigens. Ja, das ist schön. Ja, irgendwas Problem hier. Ja, genau. Bam. Kann man hier nicht abschießen? Versuchen. Seht du denn? Siehst du gerade einen schweren Eindruck? Doch, das ist verdammt schwer. Du vertust dich nur bestimmt. Wo du musst nach links und nach rechts laufen. Und das Ganze zweimal am Stück. Die Bienen ausweichen. Die Bienen? Ja, siehst du. Ich bin nämlich nicht nur allein so doof. Das stimmt. Alles da. Bis gleich. Ciao. Hier, Seidia. Wir haben einen TNT-Phase. Also das seht ihr nicht. Aber ihr seht, dass wir ein Fass haben. Und mich kratzt irgendwas am Kopf. Könnt ihr mal mit Waschen probieren. Krass hast du. Die Luft hat mir an. So. Ja. So. Was müssen wir machen? Die Münze nur finden. Die Gegner sind nicht schlecht so. Stimmt, aber wir haben die Münze gefunden in einem Speedrun, die sonst kein zweites gibt. Wir sind immer vorhanden. Ja. Und bis dann. Ja. Ja. Peri. Peri Ende. Und das ist das letzte Level dieser Welt. Und die Bonus-Dings da fehlt. Was sind wir nochmal? Grüne Bananen sammeln. Okay. Das klingt ja jetzt nicht so schwierig. Mal die immer noch ganz links und ganz rechtserscheinungen. Ja. Ne? Wenn ich gleich gegen irgendeine Biene gegenfliege sage, ich habe mich in der Farbe vertan. Zum Beispiel in der Form. Genau aus die Bananen. Ja. Da wäre es nämlich schon fast so. Dann habe ich schon gesagt, ich habe mich in der Farbe bzw. in der Form vertan. Glaubst du mir das jetzt? Ne, ne? Bedingt. Ne. Eher mal so nicht. Stopp. Mach keinen Blödsinn. So wie ich jetzt gleich. So. Ja. Ja. Wieder links. Ja. Ja. Nochmal links. Ja. 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 Sehr schön. Und tschüss. Ja. Ja. Hallo Leute. Willkommen zu Björns Sessellift. Genau. Denn der. Pädobär hier. Und hier der. Pädobär. Jörn Lihiku. Die Affen sind los. Alles klar, Kongs. Ich bin Björn. Du weißt schon, Bennys Bruder. Mein Sessellift ist futsch. Und meinen Schraubenschlüssel habe ich schlimmerweise jemandem geliehen. So ein Copyright-Drigger. Hey, da ist mein Schlüssel. Gibst du ihn mir zurück? Ja, du gehört das sowieso. Ich habe ihn aber gefunden eigentlich. Na ja gut. Na ja, ich gehört sowieso ihm. Na ja gut. Tausend Dank, Kongs. Von nur an kannst du immer in meinen Sessellift fahren. Sehr nett von ihm. Du bist freundlich. Ich kann sehr für das. Aber. Das Angebot werden wir jetzt einmal annehmen. Und dann werden wir ja in die Höhle ziehen. Und wie die da sitzen. Ja, Angst. Ja, die Höhle geht's noch gescharf runter. Zum bösen Gesicht unten im See. Ja, Gipfel. 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 So. So, merken. Jo. Grün. Rot. Grün. Rot. Gelb. Gelb. Rot. Ey, wir könnten Rapper werden oder so ein Synchrom. Grün. Grün. Gelb. Gelb. Rot. Okay, ich glaube wir haben in der Selle Welt alles. Ich denke auch. Gut. Und wir sehen uns in der nächsten. Knapp neun Minuten muss nochmal reichen. Ja, das haut hin. Alles klar. Alles klar, bis dann. Tschüssi.